Tag Leute, und herzlich willkommen zum neuen Flash Game nach zwei Wochen oder so. Irre wann, heute spielen wir I don't even know, dass so viel übersetzt heißt, ich wusste nicht einmal. Und wir drücken auf Play, Ploy. Three, two, one, go. Which means stole the cookie? Welcher Mensch, ja, welcher Typ hat meinen Keks geklaut, der Typ? Myself is not man. Okay, er nicht. No, it's me. I ain't have arms. Okay, er hat keine Arme. It's not I. I am a cookie. Er ist ein Cookie? Ich glaube, irgendwie der. Vielleicht hat er nach hinten so irgendwie gemacht sein Arme. Ja, komm. Ist das Ding. Hä? Was muss ich denn machen? Hä? Hallo? Ey, ganz ehrlich. Ups. Was stand da? Ah, Drew is cheating. Ja. Okay, cheat. Oh. Hä? Oh, shit. Äh, next mission. Click in Steven. Yo. Next mission. Helfen geht... Icht? Achso. Hoffentlich hat man das nicht gehört. How do you make... Explode... Die... Okay. Oh. Oh, Key. Ähm. Ich glaube, er ist ein Key. Oder nicht. Ich weiß nicht. Das zuerst, dann vielleicht das. Das zuerst, dann. Das einfach. Dreh doch mal. Aha. Das? What are you... Ey, next mission. Cover his new... Drag me... Quickness. Komm mal. Boss defeat. Defeat Mr. Clown. Bam, bam, bam. Und... Defeat, Alter. Was willst du? Du... Äh. Was soll ich malen? Genau. Äh. Ich kann nicht mal selber malen. Äh. Schade. What like a... Hotter. Urgent tester. Ja. Mein Englisch ist nicht das Beste, aber was heißt Hotter? Hotter. Hotter. Äh. Was heißt Hotter? Sorry, ich muss mal eben gucken, aber... Ich weiß nicht mal, ob man hier im Spiel was richtig oder falsch machen kann. Hotter. Ich glaub, Stärkse oder so? Nach Stärkse ist jetzt strong. Also strong stark. Hotter. Achso, Hotter. Oh, was sagst du? Ist das richtig? Ja. Äh. Wo ist denn das? Hier? Nicht hier. So, denn... Sorry, wenn ich... Hä? Findet nix? Hotter. Warte mal. Was heißt denn allgemein Hotter? Weil das ist ja ne Steigerung, ne? Müsste das sein? Nichts? Das heißt sexy. Also ne Steigerung über sexy, mein die? Ja, welches Glas ist denn sexy? An? Aus? So ne Pflanze? Ah, Tester. Willst du das? Musst du hier alles einmal anklicken? Äh. Fix the rocket please. Ja. Das natürlich. Nicht nur mit ne Pizza. Du sollst den Schrauben... Zieh... 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 Ja, ja. Ach so. Wohin damit? Hab ich irgendwas falsch gemacht? So vielleicht? Denn der hier hin? Huch. Ja, das sieht doch... Und ne Toppflanze? Ja, aber was soll ich denn machen? Ich weiß ja nicht einmal, wo die hin muss. Hä? Steht ja zweimal. Das heißt... Als ob da ne Pizza... Ein Pizzastück hin muss. Mag mal kein Zugang was verraten? Hä? Sorry, ich weiß, dass ich dumm bin, aber... Also... Ist das richtig? Nein. Was zum Teufel? Ja, ich... Ich würde ja gerne, aber... Kann man die irgendwie drehen oder so? Nee? Nee. Hä? Ja, ey. Nimm mal selber. Was muss ich denn jetzt machen? Ja, guck nicht so drauf. Ich hilf mir doch. Ich bin nicht dein Butler, Alter. Ey, Leute. Das ist doch nicht ernst. Eigentlich so, würde ich sagen. Das sieht schon gut aus, aber... Hä? Warte mal. Unten, oben irgendwie? Ich hab hier den Typ irgendwie nicht. Hä? Hä? Hier ist ein Fenster, oder was das sein soll. Hier nimm du deine Pizza wieder. Hä? Hier steht auch x2. Achso, sowieso heißt es bestimmt nur die... Macker, was willst du eigentlich von mir? Hä? Hä? Seriously? Toppflanze... Ey. Flieg einfach los, los. willy ich bin zu finden mehr wenn man aber das sehr vereinfacht man muss ja nur gucken warum ich doch nicht so also ihr könnt hier mal unter den kommentaren schreiben wie lange gebraucht hat ihr port security ja du hast die fieder paper or plastic mom was heißt das also ja ist das not booth wieso anny party hallo jemand zuhause jetzt einfach tausend mal klingen schrumm klingen you with teeth live or the tea party nee nee das kann jetzt was anderes machen also denn zu show ja gerne ja da da enjoy my system ach so hier ich dachte mir was wünschen ach ich muss genau auf den stummel da oder wat wow also das spiel macht mir real ist you wish cam 2 stop are you so deal or not deal stop are you sure ja ja ich kann hier nichts anderes machen oder ach so no man ohne joe ist so stillfie das ist perfekt hä ja ok oha ah nein ja oh danny agreement darf ich jetzt unterschreiben ja ja ich dachte oh man wer a harry porter ähm das magic boy da der auf jeden fall mach die tür auf junge denn hier wo ist harry porter Du, Harry Potter? Nö. Wer ist Harry Potter von euch? Hä? Ah. Oh. Wie heißt sie jetzt? Nö. Halt Evidenz. Evidenz. Internet. Du kommst einfach am Internet. Drive. Start. Du tust da nicht. Fun-Doc ist auch im Müll. So. Internet auch. Das Spiel hat mir gerade beigebracht, ich soll Internet wegschmeißen. Ja. Das hab ich eh nie gebraucht. Genau das. Das brauchte ich noch nie. Denn ich hab Google Chrome und Mozilla. Ja. Hahaha. Ich bin böse. Wo ist mein Fileworks? Äh. Es ist lokaliert. Da. Oh. Boss Defeat. Jolly Sense, mister. Ähm. Ich glaub, das ist so ein Best Buy. Kann man zwar nicht lesen, aber okay. Äh. Hier, das. Yu-Gi-Oh! Kart. Das soll eine Yu-Gi-Oh! Karte sein. Ja, das muss ich. Das ist ein Peck. Ciao. Hier, Best Buy. I don't even know. Ja. White Click. Ja, ich weiß nicht einmal. Rechts Click. Äh? Ich glaub, wir haben's durch. Leute, wir haben's durch. Keine Ahnung. Oder doch nicht. I don't know. Okay. Dann weiß ich. Dann, würde ich sagen, machen wir's so. Dann würde ich sagen, ja, da, äh. Ein Flash Game. Zwar kurz. Aber. Manchmal ist es weniger mehr. Daher würde ich sagen, ich freue mich über jeden Dislike. Danke, dass ihr mal wieder zugeschaut habt. Ich, dann würde ich sagen, ich weiß nicht einmal. Und? Denn ich weiß, wir werden uns bald wieder sehen. Uns bald wieder sehen.